Ich möchte jetzt die Kontur von hier zum Teil erstellen, ja, mit dem Licht. Und dadurch machen wir jetzt noch ein bisschen mehr Gummi, kann man so schön sagen? Gummi. 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 So. Und noch schweigt uns ja das Bild vor. Komposium kennt ihr noch mal, Lichtquellen 2. Das ist hier für den Kürt mit 4 W. Genau. Dass man da verschiedene neue Anzeigen kann, dass man einfach auch ein bisschen provieren kann. Darum geht's ja. Ja. Ich mach das. Ja. Okay. Gut. Schön. Ja. Zum Saal. Ja. Oh, ohne Auslöser. Super. Tschaka, schnallt's raus. Mhm. 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 Das ist menschlich. Ich lasse jetzt mal die Instellung. Gucken wir es nicht dran. Ja, Karin hat sehr helle Haut. So, ich mache hier vorne ein bisschen gut hier raus, weil Karin ist die Blase. Ja, Karin ist die Blase, ja. Elegante Blase. Statt einer Blase. Ja, prima, hoffen wir es nicht, das ist auch nicht. Ja, perfekt. Sehr geil. Ein bisschen emotionaler, so locker. Ja, guck, so bleibt. Kernschatten vom Arm, die Tiefe. So bleibt. Jawohl. Ändernde Position. So ist es gut. Ich gucke jetzt nicht. Jawohl. Position ändern. Freut, guck ins Licht. Außenlicht raus. Gut. Ja, Licht ist perfekt. Ich gucke gerade nach. Super. So, selbstfernstörungen. Blenkelstufe 8.0. ISO 160. 2. 2. 1. 2. 2. 3.